Was geht ab, Freunde und herzlich willkommen zum Best-of-Pack-Opening aus Amsterdam. Ja, Freunde, ich wurde eingeladen von EA, vielen Dank an der Stelle. Mit dabei haben wir noch den Simon, den Gamerbrother. Hi, ich mach grad Eiken. Die machen grad alle Packs, also es kann sein, dass hier da was gezogen wird. Ja, Eiken! Das ist hier der Rodri. Also hier wird auf jeden Fall krass was gezogen, deswegen bleibt dabei. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich würde sagen, wir labern auch gar nicht viel rum. Es geht direkt los, heute mit ein paar Eiken. Die haben beide grad Rodri gezogen. Let's go, 50k-Set, ab geht's. Boah, der lange, der war ja auch so lange immer hier. Ja? Ja? Halt's Maul! ZDM! Thiago, let's go! Alle Spanier, erstes Set. Läuft, läuft. Deutschland, ZDM, Reus. Nein. Jetzt nicht mal mehr Walkout. Okay, das mit dem Weißen hab ich jetzt verstanden. Dass wenn das Weiß wird, dass es dann schon mal unter 83 ist. Oh, okay, hier sehen wir kein Walkout, wenn das so weiß leuchtet. Und bei Special Sets müsste die Wand immer schwarz sein, glaub ich. Brasilien, LV, Alex Telles. Aber jetzt, glaub ich, gibt's auch keinen brasilianischen Linksverteidiger-Walkout mehr. Marcelo hat 85, Zandro hat auch nur noch 85. Neuer! Let's go! Der erste Walkout, oder? Hätte auch Hulreich, der ich sagen. Die wollte gerade auch sagen. Ich dachte, okay, kommt jetzt 82er, aber Neuer. Aber man kann's halt ehrlich nicht einschätzen. Ich hab jetzt ehrlich darauf gewartet, dass so ein 82er Hulreich ist. Dann wär's aber, glaub ich, weiß gewesen, ne? Ich wusste halt nicht. Hätte ja auch sein können, dass er 83 hat. Quaresma haben die auch richtig downgraded. Schade. Ich glaub, der spielt nicht mehr bei Washington. Was läuft? Brasilien? ZDM? Das muss ein Walkout sein. Let's go, Casemiro! Boom! 780er. Haben wir schon noch keinen dicker Fisch? Ich hab's im Gefühl, Freunde, wir ziehen heute hier die erste Icon. Komm schon. Ja, ist schon mal nicht weiß. Modric? Manchuket? Nee. Kamaric? Wow. Die Hoffnungen gehen immer weiter runter. Oh, das ist aber nicht up-to-date hier. Falcao spielt, glaub ich, jetzt bei Gala, ne? Oh, ja. No. Taeyong. Oh, 85er hat der. 88 Dribbling. Aber ist, glaub ich, so kein Spieler für FIFA wieder, ne? Viel Dribbling. Nichts der Schnellste. Glaub ich körperlich nicht so stark. Lauri, kannst du mal was einstellen, dass ich hier bessere Packs ziehe? Ja, ich hab grad schon. Stabil. Aber wie flatt der? Ist noch ein Walk-out? Ja, geht klar. Oh, das ist Eriksen. Nein! Come on! Warum verarscht ihr mich so? Hart! Wir werden beide so sagen, so. Jo, Erik! Ich sepana! Oh, Sergio Busquets! 89er! Stabil! Oh, Testegen! 90er! Bisher der Beste! Ich bin mal gespannt, welcher Keeper dieses Jahr der Beste sein wird. De Gea hat der, glaub ich, jetzt... Oh, und Kroos in einem Set. Das sind die Deutschen in der La Liga. Aber Testegen, stabile Werte. De Gea, Oblak vom Rating her der Beste. Schreibst du dir auf, wenn du was ziehst? Aha! Oh! Koulibaly! Das muss Koulibaly sein! Das ist Koulibaly! Hä? Aber wir ziehen nur die Defensiv, Leute! Wo sind die Strikers? Wo ist die Quichar Ronaldo? Hola! Let's go! Frankreich! Oh! Laporte! 87! Was? Woher? Ein Varane hat, glaub ich, 85. Matsumelz! Wir haben, glaub ich, die ganzen Walkout-Verteidiger durch. Aber im Angriff noch keinen. Oh, Belgien. CM. De Bruyne! Boom! 91er! Let's go! Da ist der Titel, Freunde. Krank! Stabile Karte. Starkes Pack. Kranke Karte. Mhhh. Mhhh. El James. Rodriguez. Mit der 85 und der 55 Pace. Der hat sonst richtig stabile Werte. Aber dieses Jahr ist, glaub ich, Pace wieder ziemlich wichtig. Also so ein James mit 55 Pace, ich glaub den wird einfach keiner spielen. Stamina auch nicht. Aber ohne Ikone gehen wir hier nicht weg, Freunde. Ikona. Niederlande. Woah! Oh mein Gott! Wer denkt an Depay? Sei mal ehrlich. Wer denkt an Depay? Ich dachte Käuf oder so. Ei, ei, ei. Hau mal einen raus jetzt. Ich bin Ehre, Mann. Ich gönne auch anderen Klicks, weißt du? So muss das sein. Ich würde zwar dann Reaction darauf bei mir hochladen. Das geht auch. Aber wenn du mir so eine Scheiße hier ziehst. Ja. Komm, eins darfst du noch. Guck, ich bin wie so ein Schaltwagen. Der muss ja erstmal ruhig anfangen und dann... Ja, aber dann will ich jetzt den fünften Gang sehen direkt. Das ist der Polo-Ferrari hier. Come on! Let's go! Ja? 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 Immobile Walkout. Guck, ist das ein Walkout? Ist vielleicht nicht fünfter Gang so. Okay, aber... Aber ist geliefert. Du komm schon mal langsam rein hier. Da ist er. Die Lieferandung wäre so dreieinhalb Sterne Bewertung. Weißt du? War schnell, war gezielt, aber halt falsches Essen. Aber schmeckt nicht. Ja. War halt falsches Essen und schmeckt nicht. I just want to pull an Icon, but this is right here right now. This is the shit. Das kann ja sein. Die ganze Reihe hat hier insgesamt glaube ich 1000 Facts. Und nix drin. Scheiß Spanien immer. Ich will jetzt hier aber auch was sehen. Nein, Spanien ist voll gut. Walkout. Spanien ist mega. Hab ich nicht gesagt gegen Spanien. 88er Walkout. Is that. Hab ich noch mal gesehen? Okay. Habt ihr das gesehen? Okay. Habt ihr das gesehen? Ja. Habt ihr das gesehen? Aber du kannst dir jetzt auch mal zeigen, wie es aussieht, wenn da noch mehr Bling-Nink kommt. Achso. Das wolltest du. Klar. Habt ihr schon die, es gibt so ne neue Walkout-Kommation. Da haben wir die Walkout-Kommation. Ikea hat grad einen Dab angetäuscht. Hat er so gemacht. Den will ich jetzt auch sehen. Digga, voll krass. Jetzt kommen wir. Moment. Jetzt. Der fährt durch. Der kommt. Nein. Du disqualifizierst dich grad hier selber, ne? Da geht er schon freiwillig. Ey, ich hab gar nichts hier. So, Freunde. Letztes Set für heute. Wir haben eine gute Ausbeute gehabt. Wir haben Kevin De Bruyne gezogen. Die Ikone hat leider gefehlt. So, Freunde. Let's go. Come on. Letztes Set. Gib noch mal was hier. Lass ihn durch. Lass ihn durch. Center back. Hopla. Oh ja. Wer ist das? Wow. Wow. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh Ronado. Nein. Du. Wuuu. Oh, das ist einfach Cristiano. Was? Ich hab gar nicht drauf getan. Cristiano Ronaldo. Alter. Ojojoj! Let's go! Heftig! Ja, du weißt ja an wen die Aufnahmen gehen, ne? Direkt mal rüberschicken hier! Muss los! Ich glaub mein Flieger geht gleich! Bus! Ciao! Oh mein Gott! Äh ne, hast du mich safe wieder. Jetzt hab ich vor ihm Ronaldo gezogen, seitdem wir zusammen sind, ne? Und dann nicht mehr auf einmal kauen! Ey, du hast uns ja gar nicht mitbekommen! Wie geht es denn da? Was geht denn da? Ey, ich war die ganze Zeit so, kam nur Scheiße! Oh mein Gott! Ich will das gar nicht wegdrücken, ne? Ich lass einfach. Vielleicht ist da noch Messi hinter. Ah ne, der war ja davor. Er hat grad geschrieben, du sollst ihm das direkt auf Google Drive hochladen. Ich glaub, ich muss erstmal einen Cut in meiner Aufnahme machen, nicht, dass meine Aufnahme erbricht oder so. Oh mein Gott, jetzt kommt auch Messi da hinterher. Boah! Boah! Ich hab mir gar keine Angst, ich hab das Fernseffang bekommen! Jo Freunde, was geht ab? Ich mach jetzt mal das Auto hier. Ähm, es ist schon ziemlich spät. Ich schneide das Video jetzt auch gerade ein paar Stunden bevor ihr das seht. Ähm, auf jeden Fall checkt das Video von Janina natürlich ab. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt, auch bis zum Ende. Ich sehe wahrscheinlich aus wie der letzte Penner gerade, aber so fühle ich mich auch. Ähm, ich bin auf jeden Fall heute am 10. auch im Urlaub für eine Woche. Videos werden natürlich folgen, die wird der NE schneiden oder die lassen wir vom Cutter schneiden. Deswegen auf jeden Fall abonnieren, Freunde. Ähm, checkt Instagram ab, denn da wird auf jeden Fall einiges abgehen. Es geht nach Griechenland, deswegen bleibt am Start. Verfolgt weiter, alles Freunde, Videos werden geile kommen. Und, äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf FIFA 20. Vielen Dank nochmal an EA an dieser Stelle. Checkt das Video von Janina ab und, äh, ich bin jetzt raus. Gute Nacht. Gute Nacht.